We don't need no education We don't need no thought control Ich bin Tom. In der Schule gibt's immer nur Probleme. Gestern musste ich zum Beispiel wieder nachsitzen, zusammen mit Kurt. Wenn ich den schon sehe. Dann wollte ich ihm klar machen, wer hier das Sagen hat. Dabei hat mich dann der Lehrer erwischt. Der alte Holzkopf. Naja, dann hat Kurt den Papierflieger gebaut. Der flog durch den ganzen Klassensaal. Dem Lehrer an den Kopf. Und ich war dann der Dumme. Der Lehrer hat mich sofort beschuldigt, obwohl ich's ausnahmsweise mal nicht war. Und Kurt hat sich schlapp gelacht. Ein Tadel, ein blauer Brief. Da hat den Kurt dann doch sein Gewissen geplagt. Er ist zum Lehrer hin, hat alles gebeichtet und hat sich bei ihm entschuldigt. Der Lehrer hat seine Entschuldigung angenommen. Und dann hat er sich auch bei mir entschuldigt, weil er mich falsch verdächtigt hatte. Und dann ist etwas passiert, was ich nie für möglich gehalten hätte. Ich habe mich bei Kurt entschuldigt, weil ich ihn gewirkt habe. Und am Ende bekam keiner einen Tadel und keinen blauen Brief. Sondern alles war wieder in Butter. Und den Papierflieger habe ich mit nach Hause genommen. Als Erinnerung daran, dass es das Beste ist, zu seiner Schuld zu stehen. Und weil er so gut flog. Untertitelung des ZDF für funk, 2017